Nun gut Skinner-Team Skinwin Ich mag deren Team nicht Ich mag unser Team nicht Hast du geraped? Du magst gar kein Team mehr? Hm Ich mag nur mich selber, weil ich toll bin Und was spielst du? Darius Oh cool, wir haben auch einen Darius, hast du dich umbenannt? Oh, warum weißt du das? Wie heißt du denn? Hab ich vergessen Wie ist denn der Anfangsbuchstabe-Chance von 1 zu 31? 31? Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel hat das auf dem Bild? 27, aber wenn du noch die Zahlen dazu zählst, sind es 9 Welche Zahlen? 36 Hoffentlich lade ich das nicht hoch Ich brauch kein Deutsch mehr können, das ist egal Ich kann jetzt Aslak Kanakisch? Ich nicht brauche ein Deutsch anymore Ich kann kein Jungler spielen, das ist voll behindert Ja, wie kommt's eigentlich? Weiß nicht, ich bin im Early-Game gut, dann ganke ich immer, dann ganke ich, ich farme Der gegnerische Jungler macht eigentlich gar nichts, weil ich bin in allem besser, außer dann vielleicht im Farmen, weil er die ganze Zeit nur farmt und auf einmal bin ich niedriger als der Support Jaaa, das hatte ich mit Rengar letztens, ich weiß nicht, wie das gekommen ist Da hab ich mit Rengar ganz normal gejungelt, alles ganz normal Und ich war auf einmal 6 Level hinter der Mitte Ja Ich hab keine Ahnung, wie das gekommen ist Das passiert mir andauernd Wer wird Delsen-Jungler denn, ist die Frage Letztens Darius-Jungle, ich hatte glaube ich 6,2,8 War trotzdem 2 Level niedriger als der 0,4-Mail-Fight oder also Nicht 0,4, der war der einzige Gute, aber 2,3,2 oder so Ball ab, fuck Heute ist es nicht mehr so warm, bin ich super Eben Um gut trinken gehen, huuuhu Du gehst trinken? Ja, bei uns ist es Alte Stadtfest Nee, aber bei uns ist es Alte Stadtfest Alte Stadtfest Ja, die Stürme und Gewitter, was nicht, was haben wir uns alles, was sind abgekühlt, das ist immer eigentlich ganz nice Bis Samstag nicht mehr los Ja, das Problem ist, am Samstag sind Mein Bruder und so ganz viele Leute auf irgendeinem Geburtstag So, und du sitzt nicht alleine, oder? Er sitzt nicht alleine Ich weiß nicht, aber I'm a poison rat Mein Bruder und so heute noch da sind Erstmal heute I'm scared of a Mumu Jetzt zeigen wir's morgen Achja Warte, ich nehm den mal Blue weg Bonk sogar für FMAG irgendwo, was da am Stand Ja Oh yeah, yeah Melfeld gegen Oriana, wer gewinnt Oriana Was? Meinst du? Ja Du willst schon, wenn sie gut ist In style Oh, dein Gift darf ihn nicht weg Hatschen Ich mein, was will denn im Endeffekt Oh, krieg ich ihn, krieg ich ihn, krieg ich ihn, krieg ich ihn Ohohohoho Oh, schade Du bist nur Hedi TWITCH Jetzt wird sich gefunden, wenn ich ihn gekriegt hätte Hätte ich wahrscheinlich geblägt Äh, hätten wir wahrscheinlich auch einen Bot gewonnen, easy Ja, das wäre letztlich gewesen AUTOTECK Dann... ...veramt Azel... ...afgar deinem Bot... ...wie die Wayne Aber Azel wird nicht so stark wie Wayne Wayne ist einfach nur... Wayne ist einfach nur Late Game... ...asshole Oh, mein Monster Oh, what the fuck Ihr seid ja heute Abend noch da, ne? Heute Nacht Ja, klar Wirst du wieder besoffen denn? Bei dem ich rank so Ja, wer weiß Ja, wer weiß Ich meine Vielleicht läuft schon gar nicht Ja, 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 ist ja gut Wir sterben Ey, ich hab... Ich glaub ich mach ein Trinkspiel Ja, ich... Könnt ihr die... die Lulu mal abhauen? Wart mal bitte Ja, ja Es geht mal... Es geht mir auch ein bisschen... Ähm, jedes Mal bei meinem Rank Game gewinnt, trinke ich ein Bier Ja Oh mein Gott Oh, ich glaub du hast heute Abend richtig Knöller glaubst, ne? Dann sind wir zu zwei Puma Warum? Ähm, wenn du in Al... Eidsterfest wärst du wahrscheinlich besoffen, weil... oder so viel... Ja, aber du hast ja immer weniger ein Ranked Game gewinnt Pfff... Pfff... Should you get the drug? Hehehehe God, I'm so funny! Er ist jetzt schon betrunken, er glaubt mir meine Creeps Der ist schon mal betrunken, Alter Oh, Lulu ist so ein behinderter Support, fällt mir gerade auf, ey Ey, was... Hast du die Range von Esse? Du, der kommt doch jetzt hoch Riven, was machst du da? Bist du irgendwie bescheuert? Hoppala, das war daneben Hoppala, das war auch daneben Hoppala, das war auch daneben BÄM Den Farben muss man noch ein bisschen Ey, die Lulu geht mit dabei auf den Piss Oh ne Scheiße, ey, das ist nicht das Problem, die Lulu geht mit dabei auf den Piss Du, du hast... Glück ab, dass ich nicht Blitzcrank oder so... Piktor Damn, I'm good! Warum? Das wäre nicht das Problem, der Harrest nicht so Okay... Ich komme nicht an Ezreal... Ezreal An Ezreal dran Zona wäre auch total schlimm Ja, Zona wäre auch... Zona wäre auch ein bisschen abartigerweise noch hingehen Ich bin gleich da Alter! Siehst du, was ich meine? Ja Das ist nicht sogar lustig! Surprise, motherfucker! Was? Die Die Ach der Die deckten his Da kommt er auch mal 4 Minuten Fage Komm, hol dir Lulu Auf der Mailfighter Warum? Warum bist du... OH LOLL Alles so lachiert Hallo, Samu Oh wow Die Jungler sind so schlecht Oh mein Gott Äh, GB Ich bin immer weg Haha You won't get ulti You won't get ulti Geh weg Oder soll ich mir den holen? Ah, okay, ich lass' es lieber Ich lass' es lieber Lulu macht'n eh nur mit's weg An ally has been slain Do you smell that? 16 Uhr, oh Gott Jetzt hängt er an zu trinken, ganze? Nein Ich glaub, wenn wir gewinnen Na, ich weiß Ich muss ja auch keine Sorgen machen Äh Äh Es hat halt übelst mehr Farben Weil Lulu mich die ganze Zeit vom Farben abhält Ich geh auf Count'n'Farm Ich weiß nicht was sie da machen, aber Uriana ist schlecht Wo sind sie ihre OIT? Bei sich selbst, wo keiner ist Ich weiß nicht was sie da machen, aber Uriana ist schlecht Das passiert auch Hier bleibt Luft Oh Gott, der war der Na, was so was schießt du?! Halt, Hitsch Du Du Ich bin so'n typischer Darish Jungler Na, du bist Darish Jungler, oder was? Ja, du musst junglen, aber... Ich bin so ein richtig typischer Darius-Jungle, weißt du... Killst du? Von wegen, ich hab noch 7 Minuten 6 Kills Typischer Darius-Jungle, ja, jetzt wo du's sagst Nee, ich mein nur, ich hab keinen einzigen Support Ich krieg einfach alle Kills Komm, ich versuch's mal Diesmal bin ich höher als der gegnerische Jungler Gibt's da nicht Die hat mich unterbrochen Das gibt's da nicht Ich konnte irgendwie nützigerweise nichts machen, ich konnte mein E nicht usen, ich konnte nichts machen Ich weiß nicht warum Ach, okay, ich hab polymorphed Ey, ich hasse Lulu Ich weiß nicht, wie die... Lulu ist such a... such a shit champ Oh Gott, fail, ey Oh, sehr schön, ey Bist du theoretisch ready? Falls du... na, okay Toll Falls du'n Gürbischung triffst Ich hab's level 5 Ey Ey Dieser Polymorph, ne? Vom Einkriegst Ne, wie denn? Keine Ahnung, schnell ein Gift Danke Meine Was macht der da? What the fuck? Der Mehlfeind Hat der geulti'd? Ja Flash und Ulti Boom Aber egal, krieg ich nur einen Support bekommen, ist wunderbar The price motherfucker Polymorph ist scheiß, ne? Ja, vor allem gegen Twitch ist übelst böse, weil du brauchst ja erst deine Auto-Attacks, um überhaupt das Gift draufzukriegen und so Da ist Polymorph richtig assig gegen Do you smell that? Das gibt's doch nicht, Alter Warum habt ihr denn bitte eben gegen die verloren, ey, ohne Scheiß Wayne Und Twitch war level rüber Ah ja, wegen Red Und Red Wuh! Bin ich da Oh I'll be right, an enemy has been slain Oh Eegi Wuhu Fuck 6 Sekunden bis Ulti Äh, bis Flash 4 Sekunden TAKE DIES! NO! What the fuck? DUDE, STOP DIVE ME! I'm fucked I'm fucked I'm not fucked Goodbye motherfuckers Oh fuck Warum flashen die mir alle hinterher? Was sagen? Ich bin ein besserer Jungler Jungledarius als der Andere da I can't fuck my life Seriously Fuck my life Warum, was hast du das gemacht? Ja, ne, ich wurde auf einmal von Amumu gegangen Also, äh, hier, Lulu, Ezreal und Amumu mir hinterher Noch zwei Sekunden bis Flash Ich flash über die Wand, was ist? Zwei Flaschen hinterher Fuuuuff Amumu-Flash, doch S ist springen Ah, der S ist ja, ok, der S ist mit mir eh gesprungen, richtig Dann was schon mein Flash Ja Ja Ja, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Hat nicht So, wie hat jede Lane von uns gewonnen? Weher worden Was für dein Wort Das ist jetzt nicht dein Ernst Hab ihn! Der W war aber echt knapp, muss ich sagen Ja Genau, dann, wo er gesprungen ist, hast du ihn noch erwischt Ja Und weil ich in der Geflaschen hat den Weg drauf geknallt Ah, die Irelia kriegt, die Irelia ist echt nicht schlecht, dass sie gegen Darius gewinnt Obwohl, sie hat auch dreimal, glaube ich, mit Udyr den zusammengekillt Ah Pfff Ei, was ist mit meinem Last Hitting gerade falsch? Ich bin gerade so schlecht im Last Hitting Von der Rade Ja 0-0-4 Noch 3 kills Äh, supports Dum 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 Was? Was? Ich hab auf dich gedrückt Ich hasse das Guck Was? Guck Warte Gleich kommt wieder ein Momo Meine Arm gebrochen Warte mal, lass den mal eben pushen und dann Versuchen wir die zu ovnen Es ist er, ne? Ein keklerischer Espel fragt sich, warum die nur alle von Darius' Jungle gefickt werden können Ok, lass einfach, das ist doch zum Katzen. Der Polymorph ist doch einfach nicht mehr witzig. Oh please, oh Lulu. Ohne Scheiß, der Polymorph ist einfach nicht witzig. Fall könnte Theo rät sporten. Legendary. Oh. Denn er... gegen eine Lulu stirbt. Momo, fuck is, ja. Ah, Momo ist bei uns unten. Sehe ich's, ja. Ich hab da ein Wort hingestellt. Maaaann, ich wär ins Gesicht. Ich brauch noch 180 Gold, deswegen will ich nur nicht pay. Glaub ich. Ach ne. Alles schnell weg. Nein, 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 nein. Ach, 25 Gold. Ich mach die Wave noch. Noo, ich wurde getötet. Guck mal. Ich schaff's, UDIR. Bye-bye, UDIR. Buh-bye. Lass den Tower fallen, lass den Tower fallen. Du kannst grad GG fliehen. Die will mich von hinten. ich bin da genau da dein Turret hat zu verabschieden war mein Tauer wer hat jetzt grad nen Killing Spree bekommen oh hast du das zu verabschieden? tot sache nein, wir haben Ich muss farm! Also Irelia hat Dings ausgefarmt Und dann towers natürlich down, aber gut, was wir machen Ich will mal ein bisschen lane-freezen Ich muss farmen, ähm... Das ist doch immer wieder ein schönes Gefühl, wenn jemand wegen dir AFK geht, im Gegner-Team Kannst farm, esse alle Mitte Okay, dann könnt ihr auch gleichzeitig pushen Nein! Lass sie nicht jetzt überleben An Star Purple! An Star Purple! An Star Purple! An Star Purple! Das ist unlustig Wie überlebt sie das? Alter, es sind drei Leute von uns gleichzeitig an Star Purple gemauern Oh Fuck this tower, Mann Get her! Sie hat keine Olt Kein Flash Ja, ja, ich geh ja schon Chill Der Team hat sie voll verloren BAM 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 Übrigens, ähm... Ich muss Twitch gerade leider zum zweiten Mal im Ranked spielen Ich habe ihn nämlich einmal gewonnen und habe die Datei gelöscht. Ey. Ich habe schon nicht wirklich das hier gewinnt. Natürlich gewinne ich das. Ich bin gleich 007 und dann carry ich das Game. Easy. Hit an Passive as Support. So 007, dann wirst du, bis du den nächsten Support kriegst, bist du OP. Kannst du ein Wirbelstuhl machen, kriegst du ein Pentacle. Aber dann kannst du auch nie wieder das machen. Aber 007 darf ich Kills machen. Dann habe ich das ja zum Töten. Ja, deswegen kannst du einmal ein Pentacle. Pentacle. Trendracle. What the fuck? Trendracle. Ja, du hast das nur getrunken. Petra. Pff. Wo das erste Bierchen ging. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Malphight, 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 malphight. Don't do that, don't do that. Da sind vier Leute, malphight. You're serious, you got that. Bro. Hey, I'm a rock. Man braucht einen unsichtbaren Support, das wäre viel witziger. Willst du? Pass auf. Da ist jemand, lass du nur. Kann ich dich holen? Äh. Hallo. Let me know whoo, let me know whoo. PG, VP, Report, Cutter. Hahahaha, loll. Hahahaha. Wir sind am Gewinn, mach gerade den Nexus kaputt. Trash wirft zu seinen Laternen, dass Spice nimmt und im Nexus stecken bleibt. Puh, heilige Scheiße. Oh oh. Du Sucker. Du fucking Wurzeln. Du fucking Wurzeln. Let it be. Jetzt hat er kein E mehr, ne? Jetzt hat er kein E mehr. Sucker. Sucker. Really? You're in the best zone. Wie ihr es ernsthaft versucht? Sucker. Fertig. Wollt. Frag mich ja, ob wenn ich wiederkomme, die Gold 3 ist oder Gold 5. Wenn er holt, Gold 4 oder Gold 3. Warum? Ich platin ihn heute, ne? Der müsste mindestens 8 Spiele verlieren, bis er Gold 4 runterfällt. Ich habe gehört, dass ich 30 Punkte gemacht habe mit einem Game. Du bist doch bei 100 wieder, oder nicht? Ja, ich bin auch. Du musst jetzt noch zweimal gewinnen, dann steig ich auch. Ja, ich muss erst weiter kämpfen. Ich sparm da mal wieder ein bisschen, ne? Das ist ein dicker. Ah, ich habe ja noch Pommenbeeren, habe ich ja fast nicht gegessen. Gerade noch vom Alkohol, ah, gleich Alkohol, ah, Pommenbeeren! Ich sehe sie nicht nur, dann sehe ich sie vor mir tanzen. Ah, geht weg. Ich habe doch nichts getan. Man weiß einfach nicht, wie man gegen mein Fight mit der Spielen soll. Oh, ich habe gerade ein Problem. Hier ist irgendwo Amumu. Okay. Das ist ein Ja, du. Warum muss ich hier hin? Amumu ist der eigentlich gute von denen. Egal. Der macht aber nicht den Schaden. Doch, das ist ja das Problem. Ugo, Ugo. Ja, okay mit seinen... Forever Alone war hin, da. Und Problem behoben, ja. Also Puma, noch ein Game, dann ist er Gold 3. Oder zwei Games und dann ist er immer noch Gold 4. Ja, dann noch acht weitere Games und dann wäre er eventuell Gold 5. Als ob wir dann acht Games miteinander verlieren. Vor allen Dingen, bis du wieder da bist. Wie lange müssen weg? Das wäre ja Null oder so. Was? Wie lange? Um Null oder bis Samstag oder so. No. Oder schläfst du aber in so eine Bank ein? Wahrscheinlich. Auf dem Edeka-Parkplatz. Das hat mein Bruder mal gemacht. Als um zwei Uhr das wollte er nach Hause gehen und hat sich einfach mal dreist und auf dem Edeka-Parkplatz ausgeguckt und geschlafen. Das war ne Wombo-Combo, anja. Ja, nö, ich hätte die... Ich hätte vier von denen getötet, wenn es nicht Erschöpfung gewesen wäre. Ja, Oriana hat die Ulti so perfekt gesetzt, dass ich ein SS-Ulti reinfliege und sterbe. Sehr unmöglich, dass ich sterbe. What the fuck? Hatte ich eigentlich 007, bevor ich gestorben bin? Äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass du 005 hattest. Ja. Interste 2-9. Äh, 0-2-9. Ich habe SM-Farm. Irenia, Irenia, ich will den Bluder haben. Fuh-Juh, Fuh-Juh, Schuh-Der-Muh-Der-Kuh-Der-Wuh-Der-Suh. Bound? Ich bin in den Spook. Das ist jetzt Try-Hard-Mode. Gut. I'm fucked. Go away, motherfucker. NOO! Go away, motherfucker. Go penta. Go penta. Go penta. Twitch-Penta. Yes! Jetzt hol die esse. Fuh-Juh. You bastard, come on. Ach, penta ist schon zu spät, oder? Natürlich. Geräle hat mich schon kill gestielt. Hast du nicht bekommen? Nö. Die Lulu habe ich bekommen, ja. Ah, ja, ja. Wo ist der? Hä? Ah, da! Wir sterben! Oh, lol, ich bin hier. Was macht die da? Ähm... Ja, zack, ist ja prozentuales zu leben. Da auch noch bei. Irgendwie kriege ich kein Geld für Aegis zusammen. Jetzt muss ich den Kill machen, dann habe ich eins, zwei, zwöl... Er ist der 2 oder 2012? Ist er geboren? Nee. Ich meine, dann den 1 Kill und den 2 Tode zusammen machen, dann ist das 12. Ich bin Tension, Han, ich hab 3 Augen. Ihr werdet warm, das gefällt mir nicht. Ich bin Tension, Han, ich hab drei Augen. Ihr werdet warm, das gefällt mir nicht. Oh, da ist Darius. Ja Du, der hat keinen Flash Bye bye Ich wollte gerade sagen, jetzt willst du mir nicht killstehlen So, ihr macht hier Action Ah, das ist so gut Twitch gefällt mir, by the way Kann ich so? Twitch ist echt stark Natürlich Squishy, aber... Das ist eine Weile GG, well played Und das war es wieder Twitch Oh, 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 oh Das erste Spiel war etwas kleiner, aber egal Dieses Spiel zählt natürlich auch Twitch Done Auf meiner schönen Liste Es fehlen noch 22 Gams Ähm Victory, see you next time Yes